Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen DM-Live-Fall. Ich schnappe jetzt meine drei Jungs und wir fahren in einen ganz neuen, in einen ganz großen DM und ich dachte da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Also ganz viel Spaß beim Video. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Hier ist nämlich ein ganz ganz neuer DM. Das ist immer interessant mal woanders einzukaufen, weil die auch andere Sachen haben. Meine Tor-Jungs sind auch am Start. Ja, nimm mal einen Wagen mit. Achso, egal. Wir gehen erst mal so rein. Wir können auch hier einen Korb mitnehmen. Was ist das? Das habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Das ist ja süß. Okay, Adventskalender. Das ist ja auch schon. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Das gab es bei uns nicht. BH Cosmetics. Cool. Siehst du was Neues? Ah, hier ist diese Zahnpasta, die wir mal hatten, die uns nicht so gut gefallen hat. Gibt es jetzt sogar auch als Himmelmonster, sehe ich gerade. Aber, ne, wir bleiben bei unserer LMAX. Die haben wir auch noch zu Hause. Ah, meine Reinigungstücher sind leer. Genau. Die kommen auf jeden Fall immer mit. Und hier ist was Neues. Eine Lippenmaske. Die sieht ja cool aus. Himbeeren. Die kenne ich schon. Die Jungs sind hinten bei der Spielabteilung. Das sieht auch cool aus. Die ist auch neu. Die ist auch neu. Die auch. Und ich glaube die hier. Oh, die sieht ja auch cool aus. Das Padding Gin von Balea ist immer so cool, ne? Weihnachtsdeko. Hier gibt es auch eine richtig schöne Reihe, aber leider ist schon fast alles weg. Den Lipgloss hätte ich mir gerne angeguckt. Vielleicht finden wir den woanders nochmal. Das hört sich auch gut an. Die finde ich ja richtig süß. Ich will nur Kekse. Nödlich, niedlich, niedlich, niedlich. Den hat meine Mama letztes Jahr geschenkt bekommen. Hoch. Den da. Der war im Adventskalender. Und jetzt was Neues an Duschgel. Hier ist was Neues. Und das hier. Aber Duschgel habe ich genug. Ich zeig euch nochmal, was es hier gibt. Das hatte ich euch schon gezeigt. Ja, ich glaube ich habe euch alle schon gezeigt, ne? Das hier auch. Und das hier noch nicht. Das sieht ja auch cool aus. Körper peelig. Oh, was macht ihr denn da? Hier gibt es ein paar neue Badesalzschokolade. Das ist ja auch möglich hier. Und das hier. Nee, 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 nee. Ich kann mich da nicht rein wissen. Du bist ja auch schon zu groß, ne? Gibt es hier eine Spielecke? Ja, da kann es helfen, genau. Und bei uns, hier gibt es auch das Deo jetzt von diesem Igelchen. Das habe ich noch zu Hause, deswegen traue ich noch keins. Oh, das ist ja eine schöne Tasche hier. Den gefällt mir. Okay, hier waren wir jetzt gerade stehen geblieben. Badekristalle. Oh, hier gibt es auch den Igel. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ja, da dieser DM sehr groß ist, ist hier natürlich auch ein bisschen was los. Und sieht auch cool aus. Aber ich nehme euch hier mit, soweit es geht. Hier gibt es auch diese Bodylotion mit dem Igelchen. Gibt es ja alles hier von dem Igel. Ah ja, und bei unserem DM habe ich auch schon gesehen, für Adventskalender selber machen gibt es ja auch richtig viele coole Sachen. Ich habe zum Beispiel für den Medi auch hier so Zauber-Söckchen mitgenommen. Die sind richtig cool. Hier Badetabs, sowas. Kugeln. Da gibt es auch so ein Zauber-Handtuch. Was ist das hier? Ach so eine Fingerpuppe. Wie süß. Badebomben. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr auch ein Adventskalender selber macht, ist das glaube ich richtig cool. Hier so Sticker. Dino-Kratz. Dino-Anhänger. Ah. Kratzbilder. Und eine süße Shampoo-Spülung. Cool. Oh, Seife wollte ich mitnehmen. Hier gibt es auch was Neues. Die hier ist neu. Und... Ah, da haben wir den Igel wieder. Die auch. Die habe ich euch schon gezeigt. Hier gibt es auch eine Handcreme. Handfluid. Cool. Ich nehme aber mal hier die Beere und Vanille Auffüllpack mit. Ich sehe gerade Kokos und Pfirsich. Boah, das kommt auch mit. Das ist neu. Habe ich gerade hier gesehen. Aber ich nehme immer gerne diese Nachfüllpacks. Und fülle das dann bei uns zu Hause um. Hier gibt es auch ein Handgel. Wieder mit dem kleinen Igelchen. So, hier brauchen wir nichts. Pass auf, dass er dir nicht umkippt, ne? Papa? Ist das der Papa? Ja. Warmer Apple Pie. Oh, cool. Mary Berry Cheers. Gibt es ein paar Maladüfte. Und Noxy, hast du was gefunden? Ähm... Was wir brauchen? Ähm... Ich habe nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Ne. Ich nehme mal wieder hier Taschentücherboxen mit. Die sieht auch ganz gut aus. So, was war denn das? Oh, was war denn das? Ohne Spielzeug. So, gibt es hier was, was wir brauchen? Eigentlich nicht. Ähm... Nö, eigentlich... Ah doch, wir brauchen ähm... Spülmaschinentabs. Wo sind denn die? Da vorne. Hey. Ähm... Die wollte ich hier dann mitnehmen. Die sieht ja auch cool aus. Die L.E. hier. Von Patrice. Und da gibt es auch Kuschelsocken. Flausche Socken. Die sind cool. Die habe ich im Winter immer anherbst. Die sind auch Flausche. Mhm. Die sind richtig schön warm. In der Babyabteilung kommen wir eigentlich nichts, aber wir können ja trotzdem mal hier durchgehen. Und hier haben sie auch einen neuen Aufsteller. Die sind richtig toll. Die habe ich bei uns auch schon gesehen. Das ist aus Glas und Silikon. So Teller. Oder Becher. Oder Schälchen. In so einem Mintgrün und rosa. Ah, hellblau war auch da. Richtig schön. So. Was gibt es denn hier Schönes? Hier brauchen wir ja nichts mehr, aber vielleicht hier einer von euch. Deswegen zeige ich euch das mal hier. Die sind ja auch richtig niedrig. Tellerchen, Becherchen. Ja, was denn das? Ist auch was Neues, ne? Okay, aber hier brauchen wir nichts. Die sind ja cool aus. Die sind auch neu. Quetschpause. Aber der Nelly mag sowas nicht mehr. Ich habe ja jetzt schon große Kinder. Okay, ich guck mal weiter. Was ist denn das hier von Adventskalender? Ganz viel Badesachen. Okay, ist eher was für Mädels. Hier sind auch noch mehr Sachen von Adventskalender. Lieblich. Richtig süß. Richtig süß. Richtig süß. Richtig süß. Richtig süß. Richtig süß. Dann gucken wir hier nochmal. Hier gibt's was Neues. Hier gibt's was Neues. Haarspray. Hier ist auch was Neues. Das ist Winter Breeze. Haarpuffer. Hier gibt's Winter Breeze. Haarpuffer. Ja. Ja. Aber. Hier brauchen wir nichts. Ja. Die Jungs wollen weiter. Deswegen. Oh. Die sind ja schön. Mangelherzen. Oh. Und hier ist auch ein Neuaufsteller. Mangelköpfer. Die backen wir dieses Jahr auf jeden Fall selber. Mandelherzen. Oh. Hört sich ja auch gut an. Oh. Das hatte ich letztes Jahr auch schon gesehen. Ganz süße Ausstöcher. Cool. Backpapierzuschnitte. Weihnachtlich. Süß. Das ist auch so eine Backmatte. Okay. Ja. Ich würde sagen. Oh. Hier geht's noch weiter. Ich hol jetzt meine Jungs. Und dann geht's ab. Nach Hause. Da gibt's auch ein Lebkuchenhaus. Lennox. Den selber basteln. Den selber basteln. Den selber machen. Das wollten wir eigentlich auch immer mal machen. Na gut. Dann gehen wir mal mit unseren Sachen zur Kasse. Wollt ihr hier einen Riegel haben? Ich könnte mit dem Peppa noch mal so zwei Mangusten mit dem Maca gerne. Möchtest du einen Riegel haben? Das ist Kokos und Schokolade. So richtig süße Kinderspielsachen. Guck mal. Oh. Richtig lieblich. Liebe. Möchtest du was zu trinken aussuchen? Können wir gucken, ja. Guck mir jetzt ab, Papa. Komm, dann gehen wir mal gucken, ob hier was zu trinken ist für dich. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand den DM richtig schön. Der war richtig groß. Und es gab viele Sachen, die es bei uns hier beim DM nicht gab. Deswegen hat es richtig Spaß gemacht, da durchzustöbern und euch mitzunehmen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich würde mich über ein kostenloses Like oder kostenloses Abo freuen. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss. Schlar. 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 Vielen Dank.